so da sind wir wieder bei let's play battlefield 4 online mit dem class und mit dem hänger boy jetzt steht doch ein panzer im spawn oder steigst bei mir ein und reparierst mich okay ist einer drin vergiss es ich bin bei dir gleich auf markieren markieren ich habe die tigerpanzerung noch so ein mist sie ist eigentlich für die wüste auf seidenstraße ist sie ganz gut aber hier sollte ich was grünes mir holen dass ein helikopter wer duschka haben wir schon eingenommen dann auf b das gute ist auf der 30er map hier gibt es nur zwei panzer und nicht acht auf der auf der 64 map gibt es glaube ich vier panzer pro team und hier gibt es nur zwei das ist besser der 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 oh ein jet hier ist der vierkirche der rest bin and enemy was sagt inzwischen mein gott da sind beide panzer drin reparieren du bist medic steig ein fahrt bist du steig ein und kill sie ich halte nicht rein fahrt vor und zurück zum schießen vor wenn du schießen kannst du ja ja ich glaube dass wir sie bekommen dass er kommt jetzt hier haben wir getroffen ehrlich nicht nice oder kommt ein auto ok ich habe ja toll ich konnte das nicht mehr machen was habe ich ich habe schon eingesetzt gehabt wenn songs rot leuchtet außen die haben die sind nur so gut weil sie mit zwei panzer auf einmal kommen boah ich fliege jetzt flieger und fix sie so derb im popo kommen sie alles wieder halten unser scott panzer was hatten wir schon drauf wir hätten einzelne jeder in einen panzer fahren müssen ja bleib auf der stelle stehen du huren kind natürlich da trifft mich noch fix geburt wie er abhauen kann dieses stück scheiße unser panzer trifft nicht boah ffm noob tank driver den kicke ich gleich raus kommen wir gehen den eigenen squad ok warte kann ich den rauskicken so verlassen erstellen ich bin echo es gibt keine fahrzeuge ich weiß komm rein echo wir sind nur noch zu zehnt echo 9 echo 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 warte teamsetup echo 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 so oh ich mach kurz wieder mal waffen please get out ich hab mir das geil in der letzte runde ist unglaublich wir haben den scheiß so und jetzt nimm bitte den engineer wäre nicht schlecht das war ein bisschen ein bisschen ja ein bisschen so panzer meiner loll kampfkarte ich hätte das wieder ausziehen müssen unglaublich einfach unglaublich sah aus der entfernung diese scheiß turtle penner einfach aus und dieser diese auto balance weiß neun gegen zwölf sind ja bloß drei mehr als wir drei panzer mehr warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz wir sehen doch da vorne oder steh da ich kann nicht anvisieren schade den treff ich und er trifft mich nicht warte den Eli aber noch höher ey das gibt's doch nicht schau mal wie hoch ich da schießen muss was kommt da zehn raketen auf mich oder was war das aber das war eine atv missile steig ein oh mein god der war zu weit weg was war das ach ja natürlich der helikopter geht nur auf mich ich fick dich doch ins knie du Hurenkind er macht deine scheiß flares drop sie drop sie hart drop sie hart Hurenkind unsere Eli macht gar nix mit dem schade schlapp du Hurenkind wie sie aussteigen können diese feigenratten über dir hinter dir hinter dir zwei na bist du ganz der coole teines spassen kind haha nope wieso geh ich drauf mit wie viel leben hatte ich 30 oder 40 hat mein Panzer noch gehabt ja jetzt rennst du ihm wieder hinterher wie letztes Monge der rennt weg naja der ist der Freunde unser Team ist scheiße ganz einfach 1-3 premium wie er wegrennt der ist genau vor dir bisschen weiter rechts ja da geh in die Kocke jetzt dreht er sich um drück ihm doch einen Stinger in die Fresse hab ich nicht jetzt schießt er dich ab ich kann ja nicht durchschießen das wirst du mich verarschen er geht er geht er geht er ist viel zu weit weg er ist wieder von der anderen Seite beschossen Sichtungsbonus ja er ist tot Hurenkind sollen wir Helikopter fliegen wenn hier so wenig auf dem server sind ja komm dann lass mich abholen ich hasse eigentlich Kampfidee der ist so lahm ich find Z11W 10 mal besser bei unser Team und ich bin ok ich bin besser ich bin Erste mit 1-3 wir werden zurück zum spawnen da kommt ein Panzer na da fliegt so ein anderer Spass tschüss kannst allein sterben wo ein Kind Hallo mal schauen wie lange er durchhält na hi Panzer ja nein er wird besetzt Lodger hier hässlichen er warte nicht mehr auf dich na Loopteam vielleicht werden wir uns hier am spawnen gekillt na ich hab Javelin falls was kommt Hallo Guten Tag wie hier ist meine Pistole? Blendet sie dich? weißt du nicht? Wendet meine? ja ein bisschen ah ah los mach den Wiggle Dance aha tanz für mich du tanz mach mal Lötkolben wie geil der rumzuckt nein tanz für mich ah da baller ich die ganze Muni die brauchst nachher nochmal ich hab nichts auf dem Ding drauf kein Wunder dass ich auf die Entfernung nichts treff ich hab sogar zwei Schuss warte jetzt sogar zwei Schuss achso drei Schuss Salvenfeuer das denn du? also ich bin Hexen 30 ja die da will ich jetzt ein bisschen was freischalten für ich stehe eine Ahnung bei dabei hm Hexen Hexagon Blau ja hab ich Alter wenn unser Team nix geschissen bekommt alles gehört zum Gegner sonst wie Fahrzeuge ok ja die benutzen die und lassen sich die absnacken war hier nicht irgendwo der Panzer sobald der spawnt ist er wieder weg wir hätten ausschalten sollen letzte Runde da wo es noch gut lief ja ja ich mal ich mal ein Penis ich seh den gar nicht also seh ich auch nicht nicht auf Ultra in Battlefield 3 kommt man 10 ach mach den Wigga Dance das geht einfach hier nicht lassen wir nicht rüber gehen geht das hier? ne hier sind wir spawnen überhaupt nicht wer war an der straß bevor jetzt ein Panzer spawnt ach da kommt ein Jet töten wir ihn ich halt drauf ja genau äh äh boom ich spott ihn mal da vorne ich seh da steht sowieso noch 90 Tickets zu 300 boah nice münken du machst den Dance Wigga Dance wo ist unsere Panzer-Zinn-Fix? naja im Endeff ich nicht 0,2 so wie du ja das nervt mir grad den meisten aber ich könnte ja gar nicht gar nicht die haben doch die haben doch unsere Panzer geklaut oder? das sieht doch minimal witzig aus ich bin immer noch erster obwohl ich die ganze Zeit nix mache meiner noch einer hinter dir nein du hast halt drin geblieben gott sei dank so auf fahren wir zusammen zusammen wir haben sowieso noch 40 Tickets da reicht doch nichts mehr Mine boom ja genau du de Waffeldance jetzt komme ich wieder in Helikopter ich will noch 2 Kills schaffen ich will noch 3 Kills 6 Kills ja natürlich kann ja nur ein Mongo-Snapper sein was? wo ist denn der Panzer? oh mein Gott da kommt einer mit C4 na? C4 Bob was? stirb doch ich will noch ich will noch 2 Kills ich will noch ich will noch wo ist der zweite versteck mich hinterm Stein ich bin ganz der harte boah ich hab noch 2 Kills gemacht mein Gott die Kugel war schon aufm Weg die Kugel war halb aufm Weg schau wie wir da hinten rumstehen oh ja nein dann hab ich jetzt neutrale KD oh die Runde war mega prämie das war äh fuck my team heart in the ass ich hab ganze 206 EP ok schau was ihr dazu schreiben ja ich geh da mal lieber raus ok wir bedanken uns für's zuschauen und hoffen dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet wenn es wieder besser läuft in Battlefield 4 online mit dem Klaas boah wie sie alle lieben ist sie doch zu viert ja schon klar mit dem Klaas mit dem Hangaboy tschau Leute tschschi tschschi warte ich will noch meine KD kurz überprüfen meine KD meine KD 2,51 ist wieder gesunken FIKEN ja ich hab die Aktion grad eben ne tschüss ja was ja wirft'n noch tschüss tschüss FIKEN KD 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 Bis zum nächsten Mal.